Was machst du jetzt mit mir? Ich bin ein Teampartner. Ich mach grad ne Story. Okay, danke dir. Feind. Max, passt du da rein? Sicher. Safe. Krass, du hast sogar schon so ne Rennhose an, ne? So ne enge. Ja, richtig feuerfest. Krass, die Stöcker brennen nicht. Sehr eng. Hast du Druck aufm Kopf? Ich hab richtig Druck aufm Kopf. Druck aufm Kopf. Community Meetup hier, ne? Max, Community-Treffen für dich. Ah ja, guck da, Community-Treffen. Also, würdest du dann pauschal dagegen eintauschen gegen dieses Auto? Sei mal ganz ehrlich. Hab ich schon, das ist meiner. Achso, du bist damit hingekommen? Ja. Wann bist du losgefahren? Vorgestern? Nein. Was ist dein Lieblingsauto? 3, 2, 1, jetzt. Der Opel Rocks. Kriegst du dafür Geld? Nein. Du müsst, glaub ich, ein bisschen nach oben gehen. Und noch was Wichtiges, glaub ich auch vergessen. Wo kommen denn die Knie hin? Hey, wir haben die gleiche Hülle. Hier noch, das ist wichtig ohne da unten. Fresh? Hab ich irgendwas gemacht? Wie im richtigen Rennsport. Du hast doch in Haare geschnitten. Sieht gut aus. Wir sitzen jetzt in einer 9-PS-Karre. Das ist ein Auto für 15-Jährige. Leichtkraftfahrzeug. Sauber, sauber, sauber. Alter, hat doch ein Wendekrassystem. Stabil, Junge, stabil. Das ist ja voll stressig so auf der kleinen Strick, oder? Du bist gut, Bruder, du bist gut. Du bist echt gut, ne? Das ist schwer. Bist du schon mal 9 PS Opel gefahren? Äh, ich darf nichts anderes fahren. Stabil, stabil. Okay, wir tauschen. Oh mein Gott, wie kann man denn die... Oh mein Gott, Max, wie fährst du denn die Kurven? Ist das nicht gut? Nein, das war scheiße. Scheitelpunkt, Junge, Scheitelpunkt. Bist du ohne Scheitelpunkt? Wie fährst du denn? Hallo? Max, jetzt hier um die Kurve. Scheitelpunkt, Scheitelpunkt. Schön eng schneiden. Oh, ich bin fast umgefallen. Echt? Und jetzt hier. Gefahrenbremsung. Einmal Scheiben... Oh. Er hat Scheibenfische angemacht einfach. Ich komm doch nicht in den Sitz rein. Scheiße. Ich hab ihn beschissen. Team Pat. Wir sind Revi und Max. Und wir werden morgen die Cards nach Hause fahren. Oder? Ja. Oder? Machst mir noch meinen Helm ein bisschen größer. So, jetzt sind wir in so einer Karte. Was? Was ist das? Du musst schalten. Du schaltest nicht. Schwinnst du? Max, da stimmt irgendwas nicht. Was ist das? Wenn du Gas gibst, du fährst irgendwie dumm. Wieso mussten wir dafür jetzt den Helmer ziehen? Fährt das nicht schneller? Nein, das ist es. Das ist halt deine Fresse. Nein. Du verarschst mich. Mach mal richtig Gas. Wo war Hupe? What the hell now? Oh my god. Okay, let's go. Revi im Nero Thunder. Yo, yo. Pass mal auf. Ich filme hier noch mit einer Hand. Das ist Top Street? Lach mal Kai. Du verarschst mich. Das sind nicht die Motorräder. So wie ich die Gurkensau sind. Mach mal richtig jetzt. Das ist Top Street. Das geht nicht mehr. Beeilst du dich mal bitte. Ich warte hier hinten. Ich hab den anderen Gang eingeschaltet, Max. Da ist ein anderer noch. Das ist schneller. Ja, jetzt haben wir es. Ui, ui, ui. Ich rutsche hier hinten ganz schön jetzt. Oh, jetzt geht es los. Ui, pass mal auf, pass mal auf. Max, du kannst den Helm ausziehen. Wir fahren erst in einer Stunde. Du hast doch die Handschuhe an. Bro, warum? Jetzt hast du alles essen. Ja, aber noch nicht, Digga. Wir gehen jetzt was essen. Ich kann so essen. Guck. Kleiner Erstenzähler, ne? Hallo. Kevin? Machst du einen kleinen Vloggy? Ja, das Event ist Quatsch. Man rutscht die ganze Zeit. Und Dana ist viel zu OP. Können wir die mal überlegen? Digga, Dana ist viel zu OP, Digga. Proben, Max. Proben, bist du bereit? Wir stehen auf der Rennstrecke. Wir dürfen da gar nicht hin. Bro, ganz kurz. Ja? Bist du bereit für heute zu gewinnen? Wir sind ein Team. Wir müssen performen. Das weißt du, ne? Der Boy himself. Was für ein Bild noch. Guck mal, so angestrahlt. Steht der da? In der Halle. Würdest du sagen, du bist Fan? Cello? Ich? Ja. Im Vergleich zu ihm nicht. Aber magst du ihn? Bist du Moneyball-Fan? Über alle werden. Ja. Guck dir den Versager an, Digga. Wie er hier auf dem Dreirad hängt, Junge. Digga, wir sind die OGs. Oder, Max? Bei uns im Auto. Bei uns im Magen drin. Bei uns im Auto drin, Max. Oder sind wir doch? Die OGs, hä? Sind wir doch die OGs, oder was? Eli willst du so ein Ding kaufen? Der hat Schlaufen als Türgriffe. Kevin, wirklich, ne? Du bist ehrlich ein hübscher Typ, ne? Ich muss doch gut aus dir verschlafen. Ja, ja. Dann muss aber noch einiges passieren, Bro. So, letzte Vorbereitung, Kevin. Ja. Das ist dein erstes Event, ne? In der Größe auf jeden Fall, ja. So, und jetzt überleg mal, was für ein Reinfall das jetzt schon ist, organisatorisch. Okay, Leute, wir gehen jetzt rein. Letzter Take. Max! Max! Wir gehen rein, oder? Okay, ich muss das Auto... Vamos. Jetzt rein, oder? Meine lieben Jörg und Gäste, ich werde jetzt hier mein Rennsport-Team ankündigen. Spiegel Racing 2, wir gehen rein auf die 1. Wir beide, wir haben beide die Flagge kassiert. Noch nie so asozial nicht mal in den Straßenverkehr gefahren. Ich bin nicht mal so bei Go-Kart gefahren, aber du hast angefangen. Vor dem Rennen sag ich zu ihm, ich bin auf der 2, ich bin auf der 1. Aber du siehst jetzt, wer kämpft vorne mit? Wir beide. Weil wir es gut machen. Go, du bist nur gefahren, hast dir keine Farbe und keine Form gemerkt und hast mich sogar, während ich das Ding baue, noch unterbrochen, weil du zu früh gedrückt hast. Fühlst du dich gut? Wir waren trotzdem krass als Team. Ja, ja. Kurz nochmal erklären, was haben wir gerade gesagt bekommen? Wir beide haben eine gelbe Karte bekommen. Wenn wir beide noch einen Fehler machen, irgendwo jemand reinfahren, sind wir raus. Schaut euch jetzt mal die Stimmung an. Ey, das ist eine so krasse Produktion und ich hätte auch niemals gedacht, dass ich hier Performance zeige, dass ich zweimal Erster werde. Niemals denkbar. Ich bin eigentlich gar kein guter Autofahrer. Ich habe fünf Anläufe für meinen Führerschein gebraucht. Nur mal so, ne? Ja. Was ist das? Trip-Drop. Ich habe das erste Mal in meinem Leben was gewonnen. Und zwar die fucking Motor Games im Einzel. Max. Das ist so toll. Ich freue mich tatsächlich. Junge, das ist crazy. Und ich bin nicht verletzt. Das ist krass. Das ist ein Join-Event, was ich gewonnen habe ohne Verletzung. Das gibt's nicht. Scheiß drauf. Du hast so krass gefahren. Ich küsse dein Herz. Dankeschön. Also Freunde, ich bin jetzt zum Kameramann von Rewey aufgestiegen. Der ganze Grind hat sich gelohnt. Ich darf jetzt... Ey, believe in deine dreams. Ich darf jetzt der Kameramann von Rewey sein bei der Siegerehrung. Nee, scheiße, oder? Willkommen zum Rundstummer 2 in der Einzelpläne. Jetzt kommt Rewey. Jetzt kommt Rewey, Freunde. Jetzt kommt Rewey, Freunde. Geüss. Rewey ist komplett geilstes Land. Leute! Da ist das Ding. Da ist das Ding. Ey, so toll. Jaaaa! Ich hab noch nie was gewonnen. Verstehst du das? Was das für ein Moment ist? Hier ist er. Ich fühl mich wie Micky. Ich fühl mich jetzt so. Ich hab Turniergeld bei dem jetzt genommen. 500 Euro. Und hier in Pokal. Das ist meine Woche. Das ist meine Woche. Kevin, ich hab noch nie was gewonnen. Ja? Und deshalb war es jetzt 10 vor 10, das Event. Danke dir. Moderier kurz ab. Äh, lass uns doch noch...